Programmkontrolle Mit der Komponente Programmkontrolle der Kaspersky Internet Security können Sie verhindern, dass Ihre Programme Aktionen durchführen, welche die Sicherheit des Systems bedrohen. Alle laufenden Programme werden auf Ihre Vertraulichkeit überprüft und entsprechend Gruppen zugeteilt. Wie viele Programme bereits überprüft und eingeteilt wurden, sehen Sie hier. Um sich genauer über die einzelnen Programme zu informieren, klicken Sie auf Programmaktivität. Schon werden Ihnen alle zurzeit laufenden Programme angezeigt. Unter Status sehen Sie die Vertrauenswürdigkeit der Programme. Indem Sie die Maus darüber positionieren, werden Ihnen nähere Informationen angezeigt. Prozesse der Kaspersky Internet Security und Systemprozesse werden standardmäßig nicht angezeigt, können jedoch über die entsprechenden Schaltflächen eingebunden werden. Unter Kategorie können Sie einstellen, welche Programme angezeigt werden sollen, etwa alle, die beim Hochfahren gestartet werden oder nur beschränkte Programme. Der Schutz für persönliche Daten erlaubt Ihnen die Kontrolle darüber, welche Datenbereiche von Kaspersky Internet Security überprüft werden sollen. Wählen Sie die Verknüpfung Einstellungen an. Ein Klick auf ein Häkchen genügt, um alle zugehörigen Dateien vom Schutz auszuschließen. Sind Sie kein fortgeschrittener Benutzer, belassen Sie die Original-Einstellungen besser bei. Die sichere Umgebung ist ein von Kaspersky eingerichtetes virtuelles System, in dem Sie Programme starten können, ohne dass das Betriebssystem dadurch Schaden nehmen kann.